Nachdenkseiten Die kritische Website Stimmen aus Ungarn Von der GUS zu den BRICS Ein Beitrag von Gabor Stier aus dem Ungarischen, übersetzt von Eva Peli Der Aufstieg des globalen Südens einschließlich Eurasiens verspricht die Entstehung einer multipolaren, genauer gesagt polyzentrischen Weltordnung, die die Hegemonie der Vereinigten Staaten und die Dominanz des Westens brechen will Bereits jetzt, während sich die Machtverhältnisse verschieben, zeichnet sich ab, dass sich um Russland herum im post-sowjetischen Raum im Norden Eurasiens eines der Zentren der sogenannten nicht-westlichen Welt herausbildet Neben dem Wirtschaftskrieg ist die Ukraine eine der prominentesten Fronten im Kampf um die neue globale Ordnung Doch der Wettbewerb um den Einfluss in der Region findet im Wesentlichen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion statt Die durch den Russland-Ukraine-Krieg ausgelösten verstärkten Spannungen zwischen dem Westen, insbesondere den Vereinigten Staaten und Russland haben die Frage des Einflusses auf Eurasien wieder in den Vordergrund gerückt In diesem Stellvertreterkrieg ist aus westlicher Sicht bereits entschieden, dass von einer breiten eurasischen Zusammenarbeit auf absehbare Zeit keine Rede sein kann Die Bemühungen der Vereinigten Staaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Aufteilung des ausgedehnten geopolitischen Raums zu einem zentralen strategischen Ziel machten, zu dem vor allem die Verhinderung des Zusammenfindens Die Europäische Union, EU wurde von Russland getrennt, wodurch beide Pole Groß-Eurasiens geschwächt wurden Die westliche Hälfte Europas ist endgültig zum Anhängsel der USA geworden, während das Schicksal des anderen Pols zunächst offen bleibt Russland ist in einen langwierigen Krieg verwickelt worden und die Vereinigten Staaten tun alles, um ihren Gegner aus dem Kalten Krieg auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zu erlegen Der Kreml sieht diese Bestrebungen sehr deutlich und wird sich in diesem Krieg nicht ausbluten lassen Er führt diesen Krieg, den er eigentlich gar nicht beginnen wollte, daher nur halbherzig auf halber Flamme weiter Der Ausgang des Krieges wird das Gewicht Russlands in einer sich verändernden Welt grundlegend bestimmen Daher wird Moskau das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verlieren, das nur zum Teil darin besteht, den Einfluss auf die Ukraine wiederherzustellen Für Moskau ist der Hauptgegner also nicht Kiew, sondern Washington Sein, Russlands Anmerkung der Redaktion, Ziel ist es, die US-amerikanische Hegemonie zu schwächen und zu brechen und gleichzeitig ein Gegengewicht zu schaffen, eine sogenannte nicht westliche Welt Der Kreml ist sich bewusst, dass er sich diesen Polen mit Mächten wie China, Indien und der Türkei teilen muss und sieht sich daher als Vorreiter der Konfrontation, die den sogenannten globalen Süden in die Lage versetzt, seine zukünftige Position zu stärken Moskau will diese Welt also nicht beherrschen, sondern sie organisieren und sich als eines der Zentren des globalen Südens in einer Welt im Wandel neu positionieren Russland muss sich jedoch zunächst auf eines der vermeintlichen Zentren des globalen Südens, den post-sowjetischen Raum, konzentrieren da die entstehende polyzentrische Weltordnung als ein Geflecht regionaler Integrationen angesehen werden kann während die Invasion in der Ukraine die meisten Länder der Region zur Vorsicht mahnt und von einer engen Zusammenarbeit mit Moskau abhält Der geopolitische Wettlauf um die Region, den nördlichen Teil Eurasiens, der im Wesentlichen mit dem Verfall der Sowjetunion begann, hat sich inzwischen verschärft Russland steht eindeutig im Zentrum der Region, aber sein historischer Einfluss auf diese wurde zunächst durch seine eigene Schwäche in den 1990er Jahren und durch die Souveränitätsbehauptungen der neuen unabhängigen Staaten begrenzt Zudem versuchte der Westen in der Region vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht an Boden zu gewinnen Ohne große Kämpfe, weil er innerhalb Russland selbst ernsthaften, nicht ausschließlich wirtschaftlichen Einfluss gewonnen hat Zu dieser Zeit waren China oder die Türkei nicht stark genug, um einen Blick auf die Region zu werfen Das lange Zeit vor allem mit seinen internen Problemen beschäftigte Moskau sah seinen Einfluss als selbstverständlich an und legte daher auch keinen großen Wert auf regionale Integrationsrahmen Und später, als es bis vor kurzem immer stärker wurde, konzentrierte es sich mehr auf seine globalen Ambitionen als auf das sogenannte nahe Ausland Die wichtigste dieser losen Kooperationen war zunächst die am 21. Dezember 1991 gegründete Gemeinschaft unabhängiger Staaten GUS um die Schwierigkeiten der Trennung abzufedern, deren Gründung auch das Ende der Sowjetunion markierte Elf von 15 ehemaligen Mitgliedsrepubliken brachte sie zusammen Die baltischen Staaten blieben selbstverständlich außen vor Georgien trat nach dem Bürgerkrieg bei und verließ 2009 nach dem Russisch-Georgischen Krieg die GUS Die Ukraine kündigte 2014 ihren Austritt an und Turkmenistan ist erst seit 2005 lediglich Beobachter Ein Jahr später wurde ohne die Ukraine, Moldawien und Turkmenistan eine Sicherheitskooperation die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, OVKS, gegründet Der nächste Schritt zu einer ernsthaften Integrationsstufe war die Eurasische Wirtschaftsunion die bereits 1993 vom damaligen kasarischen Präsidenten Nursultan Nazarbayev ins Auge gefasst wurde Sie wurde, sich aus einer Zollunion entwickelnd, jedoch erst 2014 ins Leben gerufen Zu dem von der EU inspirierten Bündnis aus Russland, Kasachstan, Belarus, Armenien und Kyrgyzstan Das inzwischen 183 Millionen Menschen umfasst, sind weitere Kooperationsrahmen hinzugekommen die ursprünglich länderübergreifend waren So sind die Schanghaier 5, die 1996 als Sicherheitskooperation zwischen Kasachstan, China, Kyrgyzstan, Russland und Chachikistan begann Inzwischen zu einer breit angelegten politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und verteidigungspolitischen Zusammenarbeit mit derzeit neun Mitgliedern Kasachstan, Indien, Iran, China, Kyrgyzstan, Pakistan, Russland, Tatschikistan und Usbekistan gewachsen Bekannt unter dem Namen Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ Dann müssen wir noch den Bund der Schwellenländer BRICS erwähnen, der aktuell zehn Mitglieder hat Zu dem fünfköpfigen Kern aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben sich vor kurzem Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate gestellt In einem zunehmenden Wettlauf um Einfluss hat die EU dagegen 2008 mit polnischer und schwedischer Obhut die östliche Partnerschaft ins Leben gerufen, heute im Grunde tot zu der Armenien, Georgien, Aserbaidschan, Moldawien, die Ukraine und Belarus gehören Und 1996 gründeten die Vereinigten Staaten die GUAM eine Koalition aus Georgien, der Ukraine, Aserbaidschan und Moldawien, später Usbekistan um die atlantisch-westliche Orientierung in der Region zu stärken die bis Ende der 2010er Jahre ebenfalls stark an Bedeutung einbüßte Das Scheitern dieser Versuche bedeutete jedoch nicht das Ende des geopolitischen Wettlaufs sondern er wurde vielmehr auf eine neue Ebene gehoben An die Stelle der farbigen Revolutionen ist eine direkte Einmischung getreten die nun auch eine militärische Dimension hat Währenddessen versucht Russland, das auch vor einer Invasion nicht zurückschreckt siehe Georgien und die Ukraine auf der anderen Seite seinen Einfluss in der Region und damit auf globaler Ebene aufrecht zu erhalten und nach Möglichkeiten auszuweiten Das tut es durch regionale und überregionale Zusammenarbeit indem es mit immer mehr Herausforderern die Westen, China, der Türkei konkurriert Der globale Süden Um zu wissen, wovon wir sprechen müssen wir zunächst die transatlantische Blase verlassen So zeichnet sich sofort ab dass etwa der einst periphere ferne Osten im 21. Jahrhundert in vielerlei Hinsicht zum Zentrum der Welt werden wird In dieser riesigen, politisch vielfältigen Region lebt heute die Hälfte der Weltbevölkerung Aber auch die Hälfte der 20 bevölkerungsreichsten Länder China, Indien, Indonesien, Pakistan, Bangladesch, Japan, die Philippinen und Vietnam gehören zu dieser Region Wirtschaftlich gesehen entfallen auf die Region 40% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes BIP und mehr als 50% des Wirtschaftswachstums Zwischen 2015 und 2030 wird der weltweite Konsum der Mittelschicht auf etwa 30 Billionen US-Dollar ansteigen wovon nur eine Billion US-Dollar auf Europa und etwa die Hälfte auf den fernen Osten entfallen wird Betrachtet man die nicht westliche Welt in politischer und nicht in geografischer Hinsicht so ergibt sich ein noch größeres Potenzial Japan, Südkorea und Australien werden ausgeklammert dafür kommen Afrika sowie Süd- und Mittelamerika hinzu Allein die Länder der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit die als wichtigste Bastion des Widerstands gegen den Westen gilt machen 60% der gesamten Landfläche Eurasiens aus mit 3,4 Milliarden Menschen Die Schanghaier stellen 41% der Weltbevölkerung und 24% des globalen BIP Warteschlangen Immer mehr Länder erkennen das Potenzial der sogenannten nicht westlichen Bündnisse und neue Mitglieder stehen nun Schlange um sowohl der Shanghai als auch der BRICS-Gruppe beizutreten Nach Usbekistan 2001, Indien und Pakistan 2017 und dem Iran 2022 sind nun zehn weitere Länder auf irgendeiner Ebene mit der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit verbunden Belarus, die Mongolei und Afghanistan haben Beobachterstatus Derzeit gehören dem Bündnis sechs Dialogpartner an nämlich Aserbaidschan, Kambodscha, Armenien, Nepal, Sri Lanka und die Türkei Zu ihnen sollen Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Syrien und Ägypten stoßen Auch bei den BRICS klopfen immer mehr Staaten an die Tür Die 2006 auf Initiative Moskaus gegründete Organisation der neben Russland auch Brasilien, Indien und China angehören wurde 2010 in Südafrika erweitert und wird mit dem Beitritt Ägyptens, Äthiopiens, Irans, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate am 1. Januar 2024 zur einflussreichsten Organisation der sogenannten nicht westlichen Welt Es ist daher nicht überraschend, dass rund 40 Länder ihr Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet haben Dieser Artikel erschien ursprünglich auf eurasiamagazin.hu Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte Alem, bitte! Vielen Dank.